Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchela und heute bin ich hier für euch in Battle for Esser Rundnerwigs. Und so wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Gearing-Greit präsentieren. Heute geht es nämlich um Ringe bzw. um Trinkets, die wir uns relativ hoch herstellen können. Und zwar einmal auf das Item-Level von 420 bzw. wenn ihr ein bisschen Glück habt, so wie ich, dann können die auch noch ein bisschen hochrollen. Und zwar sind meine Ringe hier auf 425 hochgerollt und wie wir die zusammenkriegen, werde ich euch jetzt mal zeigen. Deswegen, ihr müsst einmal in den Rossbolzen gehen und wenn ihr dort seid, müssen wir zum Händler von der Rufaktion, dem Rossbolzenwiderstand und dort haben wir dann verschiedene Baupläne. Einmal haben wir hier einen Bauplan für ein 410er Item und wenn ihr auf respektvoll seid, kriegt ihr sogar einen Bauplan für ein 420er Item. Und die kauft ihr euch einfach, bringt die dann hier rüber zu Pascal und dort können wir dann unsere Items basteln. Und zwar haben wir hier verschiedene zur Auswahl. Das 395er kriegt ihr quasi Baseline schon gestellt. Und dann haben wir einmal das 410er, was ihr für einen Wohlwolltenruf kriegt und das 420er, was ich mir vorhin gekauft hatte, für einen respektvollen Ruf. Und hier braucht ihr eigentlich nicht viele Teile. Wir brauchen erstmal diese Kisten mit Ersatzteilen, zwei Stück. Dann brauchen wir acht Energiezellen und dann brauchen wir noch zwei Kettenzündungsspulen. Die bekommt ihr ja unter anderem von den Rare Mobs, sowie das weitere Epic Item Galvanisierter Oszillator. Ich habe es jetzt einigermaßen richtig ausgesprochen, hoffe ich. Und davon brauchen wir sieben Stück und hier ist der Knackpunkt. Die bekommt man relativ selten ab und an von Rares oder Kisten, beziehungsweise auch von dieser World Quest, die ab und an hier ab ist. Da gibt es dann auch manchmal dieses Item. Ich hatte genau 14 Stück, konnte mir jetzt zwei Items bauen, habe zweimal Ringe bekommen. Wie gesagt, die sind beide einmal hochgerollt, einmal auf 425 und nochmal auf 425. Es kann aber auch Trinkets geben, ich habe auch schon ein bisschen erkundet. Ein paar Leute haben schon welche rausgekriegt, die sind dann auch 420 und können dementsprechend auch hochrollen. Wo ich mir nicht sicher bin, ob es auch andere Ringe gibt von den Stats her. Weil ich habe beides mal einen Ring bekommen, der Crit und Tempo hat und ein Kollege hat auch einen Crit und Tempo Ring gekriegt. Es kann Zufall sein oder dementsprechend gibt es halt nur einen Crit-Tempo-Ring. Für mich jetzt ein bisschen blöd, weil ich eigentlich Master-Reverse brauche, aber für die eine oder andere Klasse ist, denke ich mal, Crit und Tempo ganz gut. Ja, das war es eigentlich mit dem kleinen Video. Mich würde es interessieren, wenn ihr hier auch was craftet, was ihr rausbekommen habt. Vor allem habt ihr Ringe rausgekriegt, die andere Stats haben. Und ja, damit wären wir am Ende. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen ein bisschen weiterhelfen. Euer Telar, bis zum nächsten Mal. Ciao!